Hallo Leute und herzlich willkommen zu Türchen Nr. 22. Wir nähern uns langsam dem Ende des Kalenders und dieses Mal ist das Türchen geformt wie eine Weihnachtskugel. Klingt sehr interessant und spannend. Mal sehen was wir da drin haben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Viel Spaß und fröhliche Weihnachten. Ciao! Musik 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 Musik